Hallo lieben, Christian Schömer, der Patropor-Beziehungscoach. Heute mal mit einer kleinen Erfolgs-Mail. Es gibt ja eigentlich immer so die zwei großen Bereiche. Für mich der wichtigste Bereich ist, nicht mehr in toxische Beziehungen zu kommen. Das ist eigentlich meine Hauptaufgabe, ob man dann Singles in einer Beziehung, finde ich erst mal zweitrangig, wobei man vielleicht diskutieren könnte, dass man vielleicht in einer gesunden Beziehung noch ein bisschen sicherer ist vor toxischen Beziehungen. Und genau, der zweite Teil ist eben, wenn man das dann will, in eine gesunde Beziehung reinzukommen, der sich häufig als schwieriger, also der erste Teil ist schon echt schwierig, aber der zweite, ja, da haben wir ja fast noch mehr Kurse für, ist eben auch ein dickes Brett. Aber heute mal eine Erfolgs-Mail für diesen ersten Teil. Lieber Christian, im heutigen YouTube-Fragst du nach Erfolgstories? Hier ist eine seit Sommer 18. Hatte ich durch dein Buch, der Liebescode, so einige, das ist ja mein erstes Buch, einige Aha-Momente und du hast bei mir so unfassbar viele Lichter angeballert, sodass ich mich auf die Reise begab. Deine Videos, deine Kurse haben mir so sehr geholfen, zu mir zurückzukommen. Wahnsinn, wie sehr ich mich verehrt hatte. Ich steckte damals mittendrin in einer liebessüchtigen Beziehung zu meinem sogenannten Seelenpartner. Future Faking vom Weinzen, Liebeskummer des Grauens. Ich dachte, ich sterbe. Wenn man jemand sagte, das ist doch wie Schnupfen, kommt eine Woche, bleibt eine Woche, geht eine Woche, dachte ich mir, was stimmt nicht mit mir? Warum war ich nachts mit stechendem Herzen und Tränenschwall in den Augen auf? Danke, dass du schon damals dein Wissen auf YouTube geteilt hast. Du warst meine Rettung, wirklich ohne Scheiße. Du warst meine Rettung. Es hat gedauert, mich vollends aus der Beziehung zu lösen. Auch hatte ich mich danach nicht sofort auf der Spur. Ich driftete sogar in die Minuspol-Seite. Plötzlich war ich der Arsch. Deswegen haben wir so viele Bindungsangstmodule, weil da kommen immer viele gar nicht drauf. Das ist so ein typischer Verlauf. Man sieht sich nur als Opfer. Dann sieht man plötzlich, ich kann ja auch anders. Wenn man anfängt, andere Menschen zu daten, das ist dann so der nächste Step. Ich hatte Indoorlympics mit einem anderen, meldte mich nicht, war gar nicht verfügbar. Dann geriet ich an jemanden, der ein klassischer Badboy war. Ich würde sogar sagen, jemand aus der Pick-up-Szene. Ich realisierte sogar, wie krass er mir Honig um den Maul schmierte, um mir ein schönes Gefühl zu vermitteln. Und ich blieb. Ich fasse mir an den Kopf. Er machte mich abhängig wie einen kleinen, treu-daufen Hund. Ich hing hechelnd am Handy und wartete, dass er endlich anruft oder dass er endlich zur Verabredung kommt. Was manchmal mit einer Verzögerung von 24 Stunden geschah. Auch da habe ich es rausgeschafft und dann endlich angefangen, mein Leben nice-geil zu machen. All die Energie, die sonst immer in die Männerflaus strömt und ohne mich. Und das ist so geil. Ich mache eine Ausbildung, mache mich unabhängig und strebe in Richtung Freiheit. Die Arbeit mit Chancen und D-Breakern sind so Gold. Danke. Werte an sich sind essentiell. Ich habe mich intensiv damit auseinandergesetzt. Nun checke ich, was ich überhaupt will und lerne dazu, zu mir zu stehen. Ich sage nein, wenn ich etwas nicht möchte. Es ist viel anfangs so krass schwer. Doch mittlerweile ist es ein Klacks. Das Lustige ist, wie die andere Seite sich nun Sorgen um mich macht, weil man mich nicht so einfach mal eben anrufen kann. Nee, weil man mich ja nun nicht mal einfach mal so anrufen kann, weil ich den Kontakt wegen, also es geht wahrscheinlich um Ex-Partner, Vater oder so, weil ich den Kontakt wegen gemeinsamer Kinder so gering wie möglich halte und Anrufer aus dem Nichts nicht mehr annehme, sie mir gar nicht mehr durchgestellt werden. Dank Ruhe Modus im Handy. Meine Smartphonesucht habe ich in den Griff bekommen, ich kann Grenzen setzen und oh Gott ist das befreiend. Momentan nehme ich richtig wahr, wie Typen, denen ich früher sofort mein Herz so komisch gepocht hätte, mich irgendwie nur noch abstoßen und ich sofort den Blick abfinde. Sie ziehen mich nicht mehr an. Next Befreiungsschlag. Ich will niemanden mehr retten, habe erkannt, dass sich alles überhaupt nichts bringt. Leute, wisst ihr rettet sie nur, wenn ihr sie in Ruhe lasst. So richtig. Erst wenn keiner mehr da ist, der sie retten will, dann wachen sie auf und haben die Chance, sich selbst zu retten. So war, erst dann ist Heilung für sie möglich. Schluss mit dem plusbohligen Größenwahn. Ja, da weiß jemand, was das sich erarbeitet hat. Wir können niemanden irgendwo rauslieben, mit diesem Irrglauben verschlimmern bzw. verzögern wir das Ganze sogar noch. So, meine Wahrheit. Also lieber Christian, I'm on my way und es ist geil. Ich danke dir von Herzen für deine Arbeit und deine unermüdliche Geduld. Ich habe nur meiner 13-jährigen Tochter dein Buch, der Liebescode, gereicht. Wir reden über Standards und Dealbreaker. Sie trifft erste Jungs und der Trott sortiert sie schnell aus. Sie ist eine Königin und auch die Kleinen haben es drauf. Ich habe neulich ein anderes Mädchen, die mit jemand aus der Klasse zusammen war, gefragt, ob noch alles gut ist. Antwort, nein, habe Schluss gemacht. Ich, warum sie erst auf eine Schnecke getreten. Dealbreaker, alles Liebe für dich. Ja, danke für deine liebe Mail. Freue mich immer sehr. Also ich, ja, kann genau die, oder viele von euch, die die Arbeit machen, genau die Schritte sehen, die halt genau in diesem Ablauf sind, wie sie hier beschrieben sind. Klar, es ist die Details bei jedem ein bisschen anders, aber ich kann genau sehen, welche Arbeit du gemacht hast. Also Glückwunsch dafür. Und genau, bleibt dran und arbeitet an euch. Dann erzählt ihr auch Ergebnisse. In diesem Sinne, wir sehen uns mal wieder. Ciao, ihr Lieben. Ja, ihr Lieben. 90 5 5 P 6 6 6